Musik Mein Name ist Hubertus Beringmeier. Wir wohnen hier in Hövelhof-Espeln, direkt an der Ems. Zu unserem Betrieb ist zu sagen, wir haben Schweinemast und Bullenmast zum Ackerbau und auch im Hobbybereich dreht sich bei uns viel um die Tiere. Ich habe zum Beispiel ein Hobby, dass ich Wassergeflügel halte, einmal Ziergänse, Zierenten und so ein paar Tauben. Und uns liegt natürlich sehr viel daran, dass es unseren Tieren gut geht. Wir bemühen uns natürlich auch zum Wohl der Tiere, dass wir dann verschiedene Sachen ausprobieren. Wir haben die letzten Jahre so bestimmte Sachen, wie zum Beispiel Beschäftigungsmaterial, dass wir einfach mal ein Brett in die Bucht gebunden haben, dass wir verschiedene Spielzeuge mal ausprobiert haben, dass wir auch mal eine Handvoll Heu mit in die Bucht gegeben haben, um einfach mal zu sehen, wie kommt es an, wie nehmen es die Tiere an. Musik Ich arbeite sehr gerne mit den Tieren innerhalb des Stalles. Für mich ist das interessanter als Büro- und Feldarbeit und ich hoffe auch, dass wir erfolgreich die Tierhaltung betreiben können und letztendlich leben wir auch davon und das soll auch in Zukunft so bleiben. Musik 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 Vielen Dank.